Ich habe Angst. Wo hast du Angst? Vor denen, die kommen. Wir sind hier um den Zombiefilm The Living Dead zu schießen. Ich habe wirklich Angst vor denen, die da kommen. Den Schwarzen. Den Islamisten. Liebe Bürgerinnen und Bürger. Die EU steht vor der größten humanitären Katastrophe in euren Zeit. Was tut los? Zeigen wir eigentlich gerade deine oder meine Angst? Vielleicht hast du Angst davor, was mit dir passiert, wenn du das ganze Flüchtlingsleid mal an dich heranlässt. Wenn man glaubt, dass man jedes Mal was tun muss, wenn ein Unglück passiert, dann wird man doch verrückt. Ich bin EU-Kommissarratsvorsitzende Präsident und ich soll das europäische Schiff lenken. Das ist eben bei Oli und Josef. Sie kommen. Die schwarzen Zombies kommen aus dem Meer. Die schwarzen Zombies kommen aus dem Meer. Ich bin auf dem Meer. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017